Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Vorteil Battle Royale heute mal im Squad und ja die Runde war einfach legendär jetzt zieht sie euch rein sie war manchmal echt spannend und das war war schon anders viel Spaß mit der Runde du warst schon du kamst nicht ja man muss auch mal anderes Leben machen ich hab nur noch ein Revolver lecker jetzt hab ich ne Waffe ich hab so viel Healing aber keine Waffe noch ein Medkid yeah ich kann Medkid stacken Alter Meteoror Alter war das close das war close das war richtig close Junge äh Chuck Chuck und Heavy hab ich grad aus einer Kiste bekommen ich bin noch zur Brücke ich spreng nur noch von der Brücke und die unten legt noch ne blaue Pamp hier ist ne alte hier ist ne Bolt Sniper ja gut OP Loot will jemand noch ne will jemand noch ne grüne Taktik ja ich im Walling kriegt man mehr raus ne Meusti Meusti kriegst du aus manchen Bäumen über 100 Holz ja aber nur aus den fetten die in der Mitte sind das sind nur vier ja aus den anderen kriegst du auch irgendwie 50 oder 60 und dann werden sie auch mal 50 und aus diesen ganz kleinen da gibt es auf dich schiff die Worte da oben das hoch das hoch hier bei titeln alle da ist einer das ist aber der wird gleich mal bitte Jukri ist nur einer glaube ich und wie ich komme so genau sind die ach das sind das die da oben ich habe halt auch nur nahe kommt ganz ehrlich ich habe keine Sniper Achtung der Typ ist richtig krass im Sniper ich habe ne halb Auto Sniper ja besser als gar nix Mann toll neben uns auch noch ja komm lass den erst mal klären und gucken dass jetzt kein Sniper Hit von der Side of Life der Bastard bei mir und der baut sich vom Werk hoch ja ich habe schon er fällt runter fällt runter er hat sich gerettet ich muss mal kurz weg leider oh ist das denn ernst ja alter nein nein du bist du bist du bist ein ein hit der Granate ein niedergestrickt mit der Granate richtig geil sorry Geise wo sind sie denn alle bei uns Header ja down natürlich kriege ich mal wieder die ich kann ich kann dir ein Mad Kid geben Jan ich habe hier unten hier unten hier unten ach du da ist da einer ja natürlich ist da noch eine alter ja fuck bist du drin bist du drin ihr müsst kurz chillen ich wieder belebe ihn es sind alle down jetzt von dem ganzen Team das ist auch noch ein Mad Kid das ist auch noch ein Mad Kid ey warte ich hole dein erstes Mad Kid da weiß nur ist der Pramp daneben die ist ja traurig naja ja 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 warte ich will die Papp da ich komme aber nicht rein warte aha oh alter die hatten nicht viele Mad Kids also wenn ihr noch Mad Kids holen könnt dann holt euch die ja ich nehme das hab ihn oh oh warte noch einer ja baut 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 wo da ich hab bisschen Angst wo ist er denn ja er war richtig gekillt von Röger ey von mir nicht kann mir jetzt einer Sniper Money geben äh kann mir einer was zum Bauen geben weil ich das ganze 9,8 ist total ähm Achtung da kommt noch welche da kommt noch welche Achtung du gehst noch zwei Minuten zurück ja über uns ey wie sie mich verarschen game der ist abgehauen Achtung bei mir ist einer hab einen wird hier ein Schack dem Achtung eingebaut Achtung Ah fuck von oben hinter uns kann mich einer wieder beleben fuck ich hab gar nichts getroffen ich hab so gezittert Ich hab euch alle gewarnt, ne. Denkt mir mal. Ich hab zwei Kills. Guck mal nach da, ey. Oh, fuck. Oh, auf mich wurde gesniped. Von hinten abbild ich ja nicht. Ach du, bei uns sind so... Nee. Bei uns sind sofort welche. Ah, jo. Sind hier noch mehr? Oh, FPG. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Fuck! Scheiße! Bist du runtergefallen. Der Bastard hat mich mit dem RPG runtergeschossen. Fuck! Fuck! Oh, MLG. Die wollen mich finischen, so zwei Bastarde. Ja. Vom Berg. Fuck, der ein Launchpad! Was? Ich muss mir grad mitgegönnen. Er ist gelauncht, der so weak. Louis ist einfach noch full live. Was ist da? Ja, frag ich mich auch. Was ist da los? Äh, wohin gehen wir? Mit dem Launchpad? Ich krieg... Ich krieg... Ich krieg... Ich krieg... Ich krieg auch... Weil auch richtig... Fuck! Achtung, da ist einer noch. Beim Launchpad ist einer. Der macht auch unten auch noch. Ich schaff auch Crack. Da kommt noch einer. Wo? Von Jontel. Ey. Ich krieg die ganze Teams von irgendwo. Was geht hier ab? Scheiße, ich bin so... Ich bin so in der Zwickalter. Komm. Wir müssen am besten launchen, wie einfach... Und... Ey, Junge! Wir haben das. Wir haben das. Ja, theoretisch. Wo ist denn überhaupt das... Hier. Wo ist denn? Ah, lol. Ich verpasst gar keine Resources mehr. Alter, what the fuck? Wie hoch sind wir? Ey, weh. Eingenommen. Wo ist denn der Snipermonee? Hallo. Wo hast du die Snipermonee hingemacht? Jump head, jump head, jump head, jump head. Wohin? Hier. Alter Schwede sieht das krass aus. Kann einer? Kann einer zu mir kommen? Ah ja. Okay. Da ist noch der einer. Wohin? Wohin gehen wir? Hab ihn? Ja, hier ist noch einer. Loll! Hilfe, 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 Hilfe! Ah! Er ist auch still. Hab ihn? Als ob ihr alle da oben seid. Ja, ich hab da oben eingenommen. Ah nein, das sind zwei Solos noch. Toll. Absolut. Kann man launch? Ich hab gar keine Launch. Ich hab einen Jump head, ich hab eins. Ich hab eins. Sollen wir playen? Wirklich pushen oder soll man erst so? Nein! Mach einfach doch! Hey! 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 Auf wen gehen wir? Ich flieg sie einfach Chorello und Pinky. Ist das der letzte? Ja! Oh! 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 Äh! Nein, Jufri! Hab hit, hab hit! Ey, jetzt will ich erst mal finishen. Ich hab einen einzigen Zeit. Oh ja! Geil! Und damit verabschiede ich mich von der Runde. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Äh, wie viele Kills habt ihr? Acht! Drei! Einer. Nach zwei, uh! Lass nen Like dann! Aber... schaut bei Pink oder was! Und bei Curalino vorbei! Also Despector sind alle verlinkt! Und haut rein! Tschüüüü!